Ist das draußen heute windig? Leo, bist du fertig? Lilly und ich warten schon. Ich komme, Mama, ich komme. Darf ich heute vielleicht mal zu Hause bleiben? Bitte. Ich dachte, du magst den Spielplatz. Viel Spaß, viel Spaß. Ja, schon. Aber ich möchte lieber hier bei Papa bleiben. Heute besser nicht. Papa muss arbeiten. Ich muss mich um ein wichtiges Projekt kümmern. Und deshalb habe ich leider gar keine Zeit für dich, mein Schatz. Ach komm schon, bitte, Papa. Ich verspreche auch, dass ich ganz leise bin. Ähm, na gut. Aber du wirst dich sicher langweilen. Ich langweile mich ganz bestimmt nicht. Super duper! Bis später. Wow. Die Sachen hier sind aber kein Spielzeug, Leo. Das ist mein Werkzeug. Und bevor du dir etwas nimmst, frag mich bitte, okay? Versprochen. Das hier ist dein Plätzchen. Sieh dir doch dieses Buch an, während ich arbeite. Ja. Bis zum nächsten Mal. 와. Bis zum nächsten Mal.